Android Next Quickie vom 27.11. Mittwoch haben wir. Bergfest wird das gerne genannt. Ich nenne es weiter Mittwoch. Und bevor wir zu den Themen des Tages kommen, großes Dankeschön an die vielen Kommentare unter dem gestrigen Quickie. Wir hatten ja versucht das ganze humorlos zu machen, weil sich da irgendwelche spaßverwehrten Zuschauer über unsere Intros aufgeregt hatten. Ihr habt uns den Mut gegeben doch wieder witzig zu sein, deswegen erzählt Frank nachher einen Witz. Jetzt aber erstmal die Themen dieses Tages. Viel war gar nicht los heute am 27. Dafür gab es gestern Abend noch eine Knallermeldung, nämlich GTA San Andreas, quasi der dritte Teil dieser in 3D gefassten GTA-Reihe. Der kommt jetzt im Dezember auch noch auf Android-Geräte, auch auf iOS und Windows Mobile oder wie das heißt. Für uns aber interessant, kommt im Dezember auch auf Android. Zum Preis wissen wir noch nichts, aber wir wissen, dass im Gegensatz zu diesen beiden vorherigen Teilen, die es schon für Android gibt, also Vice City und halt GTA 3, dass hier wohl auch noch mal grafisch gearbeitet werden soll. Also da sollen bessere Schatten reinkommen und überhaupt die Grafik soll irgendwie optimiert werden. Ich freue mich darauf, wieder ein Spiel, das ich dann für 6-7 Euro runterlade und die erste Mission nicht zu Ende spiele, weil ich dann merke, dass es doch aktuellere Titel gibt, die ich lieber spiele. Trotzdem, schöne Nachrichten von Rockstar, GTA San Andreas im Dezember noch in den Playstore. So, was haben wir noch? Gestern hat der Kollege Andreas einen Artikel über Project Svelte oder Svelte, wie wir es skandinavisch angehaucht hier in der Redaktion nennen, geschrieben. Das ist diese Optimierung in Android 4.4 KitKat, die dafür sorgt, dass diese US-Version theoretisch auch auf sehr hardware-schwachen Geräten läuft, die eben nur 512 MB RAM und sowas haben. Heute nun, wie als Bestätigung für seinen Artikel, gibt es eine Meldung, dass ein Entwickler, weiß ich gar nicht, bei XDA, ja genau, eine erste Alpha-Version einer ROM gebaut hat, die KitKat auf das Nexus One bringt. Nexus One, uraltes Gerät mit einem 1 GHz Single-Core-Prozessor und da läuft Android 4.4 drauf. Natürlich abgespeckt, das ist einfach eine Speicherproblematik da, ja, deswegen mussten gewisse Teile des Betriebssystems, also Applikationen hauptsächlich rausgenommen werden. Aber im Prinzip läuft das Ganze und wie, sagen wir mal, massentauglich das nachher sein wird, bleibt abzuwarten. Aber als Machbarkeitsstudio ist es ein feines Ding, dass eben Android 4.4 KitKat auch auf einem so betagten Gerät, wie dem Nexus One läuft. Dritte und letzte News, die ist eigentlich eine Meldung in eigener Sache und zwar, wir wollen uns mal wieder vergrößern und dementsprechend suchen wir Redaktionsnachwuchs. Wir haben einen Artikel auf der Seite, da steht drin, was wir für Interessenten, die bei uns als Redakteure arbeiten möchten, was wir von denen erwarten, was ihr mitbringen solltet, was wir euch im Gegenzug bieten hier bei Android Next. Lest euch das durch, wenn ihr grundsätzlich ein Interesse an einer, ja, brotlosen Karriere in der Online-Redaktionswelt habt, aber Spaß, macht es hier jeden Tag, wie ihr ja auch gleich noch am Witz vom Kollegen, ich freue mich schon am Witz vom Kollegen Frank, merken werdet und wenn ihr Lust habt, schickt euch, schickt uns einfach eure Bewerbung, wir freuen uns drauf und hoffen dann, euch bald hier als Android Next.de Redakteure begrüßen zu dürfen. So, das waren jetzt im Prinzip die Themen, wie gesagt, mehr war heute nicht los, irgendwie ein sehr slower Tag, deswegen jetzt Frank mit einem Witz. Ruft ein Mann bei sich auf Arbeit an, hallo Chef, ich kann heute nicht kommen, ich bin ans Bett gefesselt. Wieso, sind Sie krank? Nein, pervers. Ja, das war nochmal erstaunlich witzig für den Kollegen Frank. Dieser und ich wünschen euch jetzt einen schönen Feierabend, wir sehen uns nächste Woche erst wieder zum Quickie, bis dahin macht's gut, ich wünsche euch schon mal ein schönes Wochenende, Armee von Android Next, tschüss. 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 Vielen Dank.